so jetzt noch mal ein schnelles update zu heute morgen da sah es ja so aus dass hier nur das grundgerüst stand wir haben jetzt noch schnell hat auch mal in anderthalb stunden gedauert das dach drauf gemacht haben jetzt eingestreut und haben parallel dazu direkt noch heu reingeschmissen dass die kühe sich sofort an den unterstand gewöhnen und sofort wissen okay ist das nicht so schlimm das geht soweit die sind jetzt auch schon im unterstand am fressen ist zwar noch nicht optimal weil eigentlich wollte ich das von den seiten noch zu machen aber es hat jetzt nachmittag angefangen zu regnen und dann war uns doch schon ja dran gelegen dass sie sich zumindest erstmal in trockenen oder ins trockene zurückziehen können sondern wenn es auch die wände drin sind und das wirklich mal richtig stürmisch ist dann sieht das doch schon ganz gut aus also projekt 1 zumindest schon mal ein dach drauf so dann noch einen schönen ersten advent allen und bis nächste woche